Hallo Leute, Willkommen zu meinem ersten ASMR Video. Ich hoffe, ihr könnt alle einschlafen. Stellt euch einfach vor, ihr fährt in eurem Bett. Schließ die Augen. Das war das Geräusch, wenn ihr auf einen aufblasbaren Menschen tretet und erplatzt. Jetzt stellt euch vor, ihr seht eine kleine Katze. Da war auch ein kleiner Hund. Auf einmal regnet es, aber es regnet Salz. Ihr seid jetzt schon in der Einschlafphase. Na, gefällt es euch? Dann lasst doch einfach den Daumen nach oben da. Ich habe hier einen 100 Jahre alten 5 Euro Schein. Da er 100 Jahre alt ist, macht er komplett andere Geräusche. Das ist ein 6er-9er-10er. In der 4 Jahre alt ist eine Art und der 2, oder? Ich habe hier noch zur nächsten Ahnung. Ich habe hier in der 3e-Use Meuse, eine Art und der 3e-Use Meuse. Da ist das 2, oder? Dann schtauchte ich. Da waren die Abmessage. Das war's für heute. Jetzt kommt ein kleiner Sturm. Das Herz des Sturmes. Es pumpt. Ich weiß, du schläfst gerade, stell dir einfach vor, stell dir einfach nichts vor. Miau. Miau. Das war eine Zahnbürste. Genieße es einfach. Jetzt platzt ein Fisch. Jetzt kommt der Notarzt. Jetzt bin ich aus Versehen auf eine Pornoseite gegangen. Oh! Ein neuer Planet wurde entdeckt. Das war ein Zug. Der hat gehupt. Es ist nichts passiert. Nun kommen wir fast zum Ende. Ich lade meine Waffe nach. Ich lade sie doch mal nach. Ich habe ganz viele Waffen nachgeladen. Ich lade sie doch mal nach. Ich lade sie doch mal. Ich lade sie doch mal nach. Ich lade sie doch mal nach. 30 Cent. Ich lade sie doch mal nach. Ich lade sie doch mal nach oben da. Aber ich glaube das könnt ihr gar nicht. Weil ihr seid eingeschlafen. Wir sehen uns. Tschüss. Ich lade sie doch mal nach.